Niklas Klein von meinem Verein, den CVDM Unterasbach, die Nummer 3 ist er, ein Verteidigungskünstler mit Störbelag, werdet ihr gleich sehen. Spielt gegen einen Sportkameraden aus Wachenrohbel bei Wünschteralsch. Und das Ganze bewerben im Race Cup in Wilhelmsdorf, Donnerstag, 23. September 2021, Runde 5. Ja. Ja, wie ist der Kusch? Ja, wie ist der Kusch? Augenfreie! Prömmchen! Ja, nein, nein! Das ist Langsame! Ist er Langsame? Ich kann das nicht mehr los, aber langsam. Extrem langsam. Statt'n? Ja. 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 Putain, wenn man mit schulden will. Hahaha! Zauber! Was für besser? Also, contraste ich mit Seele. Genau, wir wollen wir das auch. Ja? diving! Jennifer! Erst JA? Vielen Dank. 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 1, 1. 2, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3.